Blasmusik einmal ganz anders. Diese fünf jungen Männer aus Dänemark bilden ein ungewöhnliches Ensemble. Zusammen sind sie die Bottle Boys und spielen bekannte Songs auf Bierflaschen. In ihrem neuesten YouTube-Video geben sie Under the Sea zum Besten ein Lied aus dem Disney-Film Ariel, die Meerjungfrau. Das verrückte Bierflaschen-Quintett hat schon einige Erfolge vorzuweisen. So traten sie bereits in der TV-Show A Britain's Got Talent auf, wie in einem YouTube-Video zu sehen ist. Beim Samsoe-Festival in Dänemark bewiesen die Bottle Boys, dass sie auch einem größeren Publikum richtig einheizen können. Am meisten Aufmerksamkeit erreichten sie aber mit ihrer Version von Call Me Maybe. Circa 800.000 Mal wurde diese Performance bei YouTube schon abgerufen. Dänemark bewiesen die Bottle Boys.